Am Movie-Montag Bist du bereit hierfür? Nein, überhaupt nicht. Die Free-TV-Premiere Du hast deinem Vater das Herz gebrochen, als du weg bist. Gib mir den Wein. Zu meiner Zeit hat die Familie noch zusammengehalten. Das ist ein Riesenhaufen Scheißdreck. Oh, Scheißdreck! Meryl Streep und Julia Roberts im starbesetzten Familienchaos Diese Platzmühle ist mein Zuhause. Im August in Oswich County. Heute, 20.15 Uhr, 11.1.